Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt namens Shift Happens, also mit Betonung auf Shift, nicht was anderes, was man nicht Happens sagen könnte. Ihr wisst, glaube ich, alle, was ich meine. Murphy's Law. Genau, dass ich zusammen mit meinem Bro zocken werde, also meinem Bruder, ja. Ein Projekt. Genau, ein Projekt. Würde ich sagen, starten wir mal. Oder? Bist du ready? Yep. Gut. Hier, dann fangen wir mal hier beim ersten Raum an, würde ich sagen, ja. Aber es ist ein Raum, das Labor. Machen Sie sich rechtzeitig mit den Flucht- und Rettungswegen vertraut. Okay, Aufzug im Bramfall nicht benutzen. Komisch. Fluchtweg über Treppenhaus. Hm, okay. Gut, ja, dann. Treppe, pepe, pepe. Starten wir mal. Ja, das sind ein paar Räume hier im Labor. Werden wir hier mal ersten betreten. Mal schauen. Hm. So. Ich bin ja rot, stimmt. Schauen. Super Mario-mässig die Sachen sammeln. Genau. Klein machen. Okay, äh. Dann kommen wir, glaube ich, noch rüber, so, oder? Ja, ja. Hm, nicht klein machen. Nee. Würde ich jetzt einfach mal so sagen. Sonst saufen wir hier. Das könnte man mit rüber werfen. Ja. Ja, warte. Ah, Moment. Mach dich mal klein. Okay, dann werde ich dich... Ah, doch. Mist. Oh. Ah! Sorry. Zu weit. Halleluja. Zu weit. Zu viel Kraft eingesetzt. Ja. Pipi Langstrumpf. Hm, Moment. Jetzt. So. Letztes Mal habe ich es doch irgendwie hingekriegt. Ja, du bist einfach runter. Genau. Gut. Wey. Da muss einer gross. Du musst, glaube ich, klein unten durch. Ja, genau. Und den Hebel betätigen. Da musst du durch. Jetzt muss ich mich auch klein machen. Gut. Oh, oh. Wupps, schwupps. So. Wieder gross. So. Ähm, komm mal da rauf. Ah, je. Mach dich mal klein. Ja, dann muss ich da. So. Mal klein machen. Gut. Dann werfe ich dich drüber. So, da ist ein Hebel. Ich betätige mal. So. Ah, okay. Ähm. Mach dich mal gross. Also soll ich gehen? Nee, nee, passt. Gut. Kannst du auch runter ins Wasser. Und jetzt. Zack. So. Im Wasser ist es nasser. Diesen Zuckerwürfel oder was das sein soll. Du musst ja, genau. In die. Machst du dich klein? Ja, kann ich. Gut. So. Muss ich mich hier mal klein machen. So. Perfekt. Geschafft. Was auch immer wir hier genau getan haben, aber es hat zumindest funktioniert. Moment. Komm noch mal rauf. Mach dich mal klein. Ah. Meisst du mich auch? Ah, so natürlich, ja. Also. Wissen, mehr Punkte. Perfekt. Perfekt. Da kann man nichts mehr machen, gell? Doch. Ah. Moment. So. Aber wirklich, was bringen tut es ja nicht. Nicht wirklich. Ich habe dich elegant darunter manövriert. So. Erstes Level schon abgeschlossen. habe ich glaube, wir haben ein bisschen mehr Punkte. Ich glaube, wir haben jetzt alles gesammelt. Ich glaube, ja. Schauen wir mal. Ja. Ja, nicht ganz alles, aber zumindest, glaube ich, mehr als letztes Mal. Ja. Perfekt. Für die, die es natürlich nicht wissen. Moment. Wir haben mal einen kleinen Probedurchgang gemacht. Einfach mal die ersten drei Level angeschaut. Genau. Und deshalb erwehren wir das da immer wieder. Ja, das letzte Mal, ja. Ja, wir haben mal kurz die Technik getestet, ob alles funktioniert bezüglich Aufnahme und so weiter. Genau. Ach, das ist ja nicht. Boing. Ich habe dich rüber getragen. Ja. So. Auf Händen getragen, ja? Haben wir da schon einen von 15? Zumindest hier im Labor. Gehen wir schon zum zweiten. Killing me softly. Netter Titel. So. Ah. Wirst du oben? Ah, jung. Ja, das kommt nicht so drauf an. Machen wir mal klein hier. Wieder groß. Gut. Jetzt können wir rüber. Ah, ja, genau. Da müssen wir uns ja klein machen, damit wir überhaupt rüberkommen. Oh, oh, oh. Moment. Ja, wir sollten. Okay. Los. Jetzt mal gleichzeitig springen. Geschafft. Und groß. Jetzt wird es etwas tricky. Schwupp. Beim Runterfallen gross machen. Äh, Moment. Da hast du mich ja das... Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, müssen nicht, aber... So. Irgendwie geht es besser. Keine Ahnung. Nein, wir müssen eigentlich gar nicht. Stimmt. Ne. Äh, so nicht. Jetzt bin ich zumindest... Ja, jetzt seht ihr mal, wie das aussieht, wie man hier stirbt. Jetzt ist es noch einfach. Da kann man sich eigentlich selbst wiederbeleben. Ja. Das wird dann ein bisschen trickier. Ab Level 3, glaube ich. Genau, ja. Da habe ich dich, glaube ich, hochgeschmissen. Moment. Oh, sorry. Sorry. Autsch. Zu früh. Zu früh. Entschuldigung. Too soon. Too soon. Okay. Äh, ich bin, glaube ich, weiter vorne. So. Ja, glaube ich. Jetzt, genau. Yep. Kannst du dir die ganzen Sachen aufnehmen. Schönes Teamwork. Ähm, okay, Moment. Ah, nee. Ah, okay. Aha. Hä? Okay. Jetzt wissen wir, was der Hebel ist. Äh. Aber wenn du da stehst, das ist jetzt... Ach so, du könntest auf dieser Plattform stehen. Ja. Und dann springen, wenn man... Ja, okay, gut, ja. Wir haben es jetzt anders gelöst. Etwas anders gelöst, ja. Ähm, Moment. Kann ich dich da schon mal... Jo. Doink. Ich glaube, ich benutze, um Punkte einzusammeln. Was war das? Ah, jetzt weiss ich es wieder, ja. Hm. Ähm. Das Zückerchen. Ach so, ja. Da muss ich mich, glaube ich, klein machen. Ja, stimmt. Achtung. Fertig. Los. Den Zuckerwürfel einsammeln. Perfekt. Yay. Gut, haben wir ihn. Ähm. Ah, ja, stimmt. Ich muss noch ein bisschen rüber. Yes. Tipp. Perfekt. Geschafft. Gut. Wieder groß. So. Ah. Ähm, Moment. Willst du... Ich monöfriere dich mal rüber hier. So. Nicht aussteigen. Erst, wenn du es hält. Jetzt wirst du überfahren. So. Jetzt kannst du kommen. Jupp. Oh, hä? Ah, aha. Komm mal, komm mal, komm mal runter. Na, da haben wir noch einen Raum. Den haben wir letztes Mal gar nicht gesehen. Den haben wir verpasst. Das erste Mal, ja. Hä. Da. Bisschen mehr Punkte. Ja, ein bisschen, ja. Boing. Ah, ja. Klar. Ja. Ähm, ja. Willst du? Ja, ja. Moment. So. Gut. Ähm, springen. Springen. Perfekt. Spring. Jo. Oh. Boah, das war knapp, du. Ja. Und spring. Ich habe meine Füsse noch aus dem Wasser gezogen. So. Yep. Geschafft. Haarscharf. Perfekt. Juhu. Das gibt ein bisschen mehr Punkte als letztes Mal. Ja. Ja. Mal schauen, da müssten wir die 50er-Mark abgeknackt haben. Jo. Oh, oh, oh. Maximum. Yay. Perfekt. Nicht schlecht. Hammer. Ja, geil. Ich nehme dich wieder mit. Ist die Unte Zeit da? 42 Sekunden, der Rekord oder wie? Äh, könnte sein. Wäre krass. Autsch. So. Drei Sterne. Und alles eingesammelt. Better together. Okay. Ich glaube, jetzt. Jopp. Kommt die Änderung. Bis Monoprom sind ab jetzt miteinander verbunden. Das wurde uns in dieser tollen Zwischensequenz gezeigt. Jetzt können wir eigentlich, wenn ich mich gross mache, wird der klein. Und umgekehrt. Jetzt wird ich jetzt taktisch auch ein bisschen schwieriger. Das wird amüsant, ja. Aber ich gehe jetzt mal hier als kleiner und mache mich gross. Äh, nein. Nein, du musst, glaube ich. Ah, du musst rauf da. Oder? Ja, du hast einen Hebel. Ja, genau, genau, genau. Hebel. Nein, kein Hebel, ein Schalter eigentlich. Moment. Da muss ich dich rauf, ähm, werfen. Ah, genau. So, klein, gross. Jetzt ist offen. Gut, klein. So. Ah, ne, da kann ich nicht erst offen. So. Ähm. Wechseln wir schön. Ja. Gut. Okay. Gut, gut. Gut, ähm, müssen wir da irgendwo, Moment mal, äh, da rauf, äh, schauen. Ja, weiss auch. Ah, dann müssen wir zu zweit. Stimmt, dass die Plattform, die fährt. Genau, ja. Stimmt. Und, nee, ah. Ach so, wenn ich weggehe, dann fährt es zurück. Ja. Gut. Next. Ja. Okay, die ist einfacher. Ah. So, okay. Soa, soa. Ich bleib drauf. Okay, gut, klein. Oh. Autsch. Hä, was war das? Ach so, ja, klar. Ja. Sorry. Du wolltest rüberlaufen, also unten durchlaufen und ich hab mich in, ja. Gut. Sorry, ja. Äh, okay. Autsch. Ja, dann müssen wir. Geh du mal. Ne, ist zu wenig. Ah, okay, dann musst du. So, jetzt. Yay. Bist du? Ja. Ähm. Ja, nee, die braucht's ja nicht. Ich geh mal, ich geh mal, okay. Ja. So. Kannst du? So. Wieder rüber. Ähm, jetzt haben wir hier. Das können wir da schon wieder machen. Ah. Ah, ja, genau, genau, genau. Willst du? Jo. Gut. Gut. Mach dich mal klein, sonst töte ich dich aus Versehen wieder, wenn ich da. Gut. Ähm. Und jump. Und jump. Und jump. Gut. Äh, jo. Gross, gross. Ah, nee, 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 sorry. Da ist er selbst ja nicht. Ähm. Wie haben wir das jetzt? Ich bin da rüber. Und du bist, äh, dort hoch. Hoch rüber. Ja, Moment, da muss ich dich zuerst noch hoch lotzen. Liebend gern. Ready? Let's go. Und jump. Und. Nächster. Und. Nächster. Gut. Dann mach ich mich, glaub ich, jetzt klein und geh da rüber. Jo. Ja. Perfekt. Bam. Yes. Juhu. Ähm, äh, mach du dich mal kurz klein. Können wir da... Ah, du bist... Ne? Oh, sorry. Äh, ah, sorry. Das wollte ich jetzt nicht... Nee, nee, das war jetzt, äh, schlussendlich mein Problem noch. Sorry. Moment. Äh, ja. Sammel die Dinger noch ein, ja. Äh, ich wollte eigentlich dich da raufwerfen, um die Dinger zu holen. Moment, wie geht das? Ähm, so. Ah, so. Okay, es geht auch so. Ja. Ja, ich mach mal den oberen Teil, okay? Okay. Das mit dieser Plattform hier. Moment, ich geh weg. Kannst du da die Münzen... Nee, die Münzen, die... Ähm, was auch immer die sind, einsammeln. Sieht aus wie Münzen. Aber es sind, glaub ich, keine Münzen. Noch mal eine runter und... Hoch. Ja. Den Hebel betätigen. Hebel. Perfekt. Dann kann ich hier unten dich rüberlotsen. So. Äh. Oh, Moment. Nee, nee. Zurück. Ah, ah. Wir haben da noch was vergessen. Geh du mal zurück. Ähm. Hm. Naja. Gut. Ich geh nochmal hoch da. Das hab ich jetzt vergessen. Dort war ja noch was. Hat's hier vielleicht auch noch? Nee. Ähm. Lass mal los. Nee, ich glaub dann... Ah, dann fährt die Plattform zurück. Ähm. Ja, wenn du direkt unter der Plattform bleibst, hast du natürlich keine Probleme mit dem Laser, ja? Lass mal los. Geht ziemlich fix. Hm. Ja, das stimmt. Du musst dann einfach sagen, wenn du los springst, dann lass ich los. Also, ich probier's. Okay, sag du an. Drei. Zwei. Eins. Los. Oh, ich bin zu schnell. War's ein bisschen zu schnell, ja? War's ein bisschen zu schnell. Du musst mich noch kurz wiederbeleben. Äh. Kuh. Danke. Okay, nochmal. Da war ich zu schnell. Drei. Zwei. Eins. Los. Okay, jetzt war ich zu langsam. Nochmal. Ich sammle kurz das Zeug sein. Es geht nicht anders. Scheiße. Oh Gott. Egal. Ich bin hier noch nicht gesprungen. Drei. Drei. Eins. Los. Oh. Drei. Zwei. Eins. Los. Nein. Ah. Sorry, mach mein Fail. Fail. Okay. Okay. Nochmal. Moment. Ich hole das Zeug kurz. Wenn's geht. Ja. So, okay. Ja, es ist nix mehr da. Äh. Ah ja, okay. Wir haben's. Okay. Gut, dann pass. Dann hab ich's wieder geholt. Gut, dann können wir. Können wir weitergehen. Mal schauen, was wir da kriegen. Gut, wahrscheinlich kriegst du für die Zeit auch noch Punkte. Abzug, denke ich. Ja, ich denke mal. Schauen. Ja, gut, okay. Neu, immerhin. Nicht so schlecht. Schade. Ich nehm dich mit. Oh mein Gott. Ich hab dich in den Lift geschmissen. In your face. Schauen. Eins, drei. Hä? Gibt's da einen? Ah, hier. Ah, nee, das stimmt schon. Kennen wir da gar nicht. Push and pull. Okay. Primär Fluchtweg. Gibt's da auch einen sekundären Fluchtweg? Egal, wählen wir mal. Push and pull. Jupp. Das erinnert mich an mein Hobby.